Ich habe deutsche Cousin. Das ist eine Union zwischen Frankreich und Deutschland. Guten Tag, ich heiße Ulbert. Für mich ist die Union zwischen Angela Merkel und François Hollande. Was bedeutet deutsch-französische Freundschaft für Sie? Deutsch-französische Freundschaft bedeutet für mich ein Sprechen lernen. Was bedeutet deutsch-französische Freundschaft für Sie? Deutsch-französische Freundschaft bedeutet für mich ein Partnerstatt haben. Danke. Was bedeutet deutsch-französische Freundschaft für Sie? Deutsch-französische Freundschaft bedeutet für mich Freude haben in der Tür. Danke. Was bedeutet deutsch-französische Freundschaft für Sie? Deutsch-französische Freundschaft bedeutet für mich der Elysée-Vertrag mit Konrad Adenauer und Charles de Gaulle. Danke. Hallo, was bedeutet deutsch-französische Freundschaft für Sie? Für mich ist der Elysée-Vertrag ein Austausch mit Frankreich und Deutschland. Gut, danke schön. Hallo, was bedeutet für Sie deutsch-französische Freundschaft? Also für mich ist deutsch-französische Freundschaft eine junge Freundschaft. Diese Freundschaft ist seit dem Ende des Zweites Weltkriegs. Heute ist die deutsch-französische Freundschaft vor allem eine Wirtschaftsfreundschaft. Danke schön. Hallo, was bedeutet für Sie deutsch-französische Freundschaft? Für mich ist es ermöglicht, in das andere Land zu gehen, zum Beispiel mit dem Programm Erasmus. Gut, danke schön. Hallo, was bedeutet für Sie deutsch-französische Freundschaft? Wenn man über die deutsch-französische Freundschaft spricht, denke ich sofort an den Elysée-Vertrag. Für mich symbolisiert es das Ende einer langen Periode der Spannungen zwischen unseren beiden Ländern und das Anfang einer berühmlichen Zeit. Danke. Hallo, was bedeutet für Sie deutsch-französische Freundschaft? Für mich bedeutet es Austausch zwischen Frankreich und Deutschland. Dankeschön. Danke schön.